Er ist der schärfste Superagent auf Erden. Und wenn das Böse droht, ist er der richtige Mann für den Job. Yeah, Baby, yeah! Austin Powers. Irre, Baby, yeah! Geheim. Agent. Yeah! Zusammen mit der bezaubernden Felicity Schickfick. Schickfick ist mein Name und ein guter Fick ist immer schick. Oh, benimm dich, Baby! In einem Abenteuer voller Intrigen, Verrat und Liebe. Na, wie fühlt sich das an, Baby? Hm, tiefer. Na, wie fühlt sich das an, Baby? Er wird von den Frauen umschwärmt, von den Männern beneidet. Aber unerfreulicherweise heckt Austins Erzfeind Dr. Evil ganz arg finstere Pläne aus. Heulst du gleich? Musst du gleich heulen? Ja? Na also, ich reise nun zurück in die 60er. Und dort stehle ich Austin Powers Mojo. Ladies und Gentleman, ich reise in Kürze durch die Zeit. Drum sage ich Adieu. Dr. Evil, wir starten ein Programm, um Sie zu klonen. Er entspricht Ihrem Vorbild auf jede erdenkliche Weise. Abgesehen mal von der Größe. Ich nenne ihn Mini-Me. Mini-Me. Etwas klein, etwas tödlich. Krasse Action. Die sind ja hauteng. Wie kommt man denn in solche Hosen rein, Baby? Besorg mir erst mal einen Drink. Krass Böse. Krass, Austin. Mach ich die Schaff, Baby? Yeah! Mike Myers. Mike Myers. Heather Graham. Und Mike Myers. Überraschung, Überraschung! Austin Powers, Spion in geheimer Missionarstellung. Was bewahrst du denn da drin auf? So ziemlich alles, was mich anturnt, verstehst du? Wie kriegst du das da nur alles rein? Das ist extrem dehnbar, weißt du? Schieb mal alles ordentlich rein.